herzlichen willkommen allerdings muss ich dazu sagen ich war damals auch schon sehr langsam also pvp ist nicht so mein ding alles andere ist kein thema aber bei pvp habe ich immer verkackt aber ansonsten alles gut ja der spaß war auch dabei jeden 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 jedenfalls für mich schau mal und lübs dahin immer von von davon strebe zu strebe ist aber es geht so das geht sogar dahin anders kommt es ja nicht aber ich habe mich mit vorgebeugt und dann ging es gleich besser ist das der das ist auch nicht gesund aus wenn ich hier unter springe hey ich habe hier im rohr festhalten kampfbanner platzieren einfach hier oder informieren also da und jetzt kriege erger oder jetzt kommen die leute jetzt kommen die ich sehe nix ich sehe gar nix wird wir brauchen zwei überbrückung scouts um den aufzug in gang zu setzen ok so hey, hallo Das ist auch der Knie. Das war's. Alles nochmal. Scheiß. Boy. Das ist ja nicht schlecht. Und die Munition ist umsonst. Die andere habe ich nur. Zwei war Sniper, oder? Ja, sehr wenig Schuss, ne? Sehr wenig Schuss. So. Machen wir das mal schön. Wir brauchen zwei Überbrückungscodes, um den Aufzug in Gang zu setzen. Nur Kaval-Ingenieure haben welche. Okay. Okay. Das war's. So. Okay. 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 Beide voll. Ja. Können die nämlich auch nicht schießen, wenn die Dings dazwischen sind. Die Granaten. So. Na, da siehst du aber. So. 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 Ich werde den Aufzug aktivieren. Ach blödes Nachladen! Blaue Munition, blaue, violette natürlich, violett. Hier war doch irgendwo noch violette. Der Aufzug ist aktiv. Wir müssen nur noch die Flugbahn anpassen. Wir müssen die Flugbahn anpassen. Wir müssen die Flugbahn anpassen. Ach, da lang. Flugbahn anpassen. Haben wir das schon leer gemacht? Soll ich da mitfahren oder was? Schau, ich brauche mich. Ich komme da ja lieber runter. Flugbahn anpassen. Was meint ihr denn? Oh, ich glaube schon. Schau. Schau.